Herzlich Willkommen zurück! Nice! Das ist richtig, denen waren keiner nach. Jetzt kann ich hier auch endlich mal in Ruhe was machen, ne? Guck mal, da ist ein Stock. Kann ich jetzt auch endlich mal hier... ein bisschen Feuer machen. Guck mal, hier ist eine sehr schöne Truhe. Ich hoffe nur gutes Material, hoffentlich. Ich sehe Schwefel, 10 Stück. Oh, ein Werkzeug ist wichtig als Upgrade. Äh, Schwefel. Ah. Nimm mal einen Stick mit. Man weiß nie, wenn man einen Stick braucht. Ah, Stickparty. Okay, 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 okay. Bin zu faul. Ja. Da bist du aus Ewigkeiten gebannt. Ja, auch das kommt vor. Okay, wir haben hier wieder ein paar Reihen frei, sag ich mal. Okay, Schnaps kann ich nicht machen. Dann... Ich sehe Alkohol. Dann führen wir die Kasten auf. Ich mache hier alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Zack. Ich ziehe irgendetwas, was man können muss. Nee. Oder sehen muss. Dann muss man lieber so. Ich komme hier auch nicht weiter, ne? Wo ist denn jetzt hin? Hä? Oh. Da hinten. Okay. Das ist jetzt der Weg, den ich lang gehen muss, oder wie? Okay, dann hole ich mir mal einen Stick und dann laufe ich durch, wa? Ah, du. Nichts Schlimmes. Alles gut. Eine Werkzeugbankwende. Jetzt geh doch mal weg, Junge. Du stehst mir im Weg. Ich habe hier ewig gebraucht, um weiterzukommen. Blockiere meinen Fortschritt nicht. Ich glaube, da oben sind auch Stöcker. Ich glaube, da oben sind auch Stöcker. Ich habe da schon neun. Aber ich brauche doch einen kurzen Weg. Ich muss da doch irgendwie hin. Glaube ich zumindest. Es sieht danach aus. So, okay. Okay, der Weg ist frei und... Ich kann ja nichts sagen, aber was ist denn hier? Ah, ist das das Secret oder komme ich da vorne nicht weiter? Kann das sein? Dass ich vorne nicht weiterkomme und das der reguläre Weg ist? Natürlich. Wenn du nicht so lange im Weg stehen würdest, mein Freund, ne? Also, es ist kein Problem. Juckt auch keine Ratte, ne? Aha, okay. Ist also ein verkommenes Board. Gut. Wir sind wohl erst mal sicher. Ja, dank mir. Du hättest sie nicht alle töten müssen. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen? Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber... Sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Mhm. Oh, keine Blumen hier. Himmel. Konzentrier dich. Hey, wir sind jetzt hier. Alles gut. Nein, nein. Falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Ich such doch schon jetzt. Schätz mich doch nicht so. Was ist denn hier schon wieder los, Mensch? Was denn? Stört das keinen, dass da überall tote Krähen vom Baum hängen? Ich frage einen Freund. Nö, warum auch? Ach, jetzt geht's. Was damit? Das kenne ich. Kamille. Oh, schöne Pflanze. Sehr nützlich. Auch sehr lecker. Ja. Mutter hat die uns immer gegeben, wenn wir Bauchweh hatten. Damals war das mit das Schlimmste, was uns passieren konnte. Kamille, Wendchel und Kümmel. Beide, alle drei sehr gut für Magen- und Verdauungstrakt, liebe Freunde. Ja. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Sieht ihr? Und darum verschonen wir keinen von denen. Sind alle schlechte Menschen. Hm. Ah, da ist noch was. Warum kann ich da denn jetzt nicht werfen? Hier konnte ich eben gerade werfen. Ach, oder ist das Doppelkamille da oben? Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Ach, hier ist noch was. Das ist Lavendel. Nein, das hat nicht mit Winkel zu tun. Wir müssen anscheinend ins Haus. Kartengeräte. Ach, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände. Huren. Such alles ab, Männer. Amicia, sieh mal. Soldaten. Das musst du dir selbst ansehen. Also nutzt sie sinnvoll. Was? Storytime. Ihr, bleibt hier auf Patrouille. Meldet jede verdammte Ratte. Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Fändchen an, Nies, Kümmel, Tee. Sehr willkommen. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Richtig. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Das T-Virus. Na gut, die Leute sind auch dumm wie ein Stück Toastbrot. Was passiert mit mir? Oder habe ich auch die Makula? Das ist einfach eine Panikattacke. Auch das wäre möglich. Toastbrot kann immerhin schimmeln. Auch wahr. Auch wahr. Sollte nicht so unfair gegenüber Toastbrot sein. Ja, direkt. Hier mit dem Toastbrot sehr streng rum. Oh nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Alles klar. Mach. Schnell. Komm schon. Okay. Wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Wir sind vielleicht noch mehr. Sucht alles ab. Tötet alle. Verstanden. Ausschwärmen, Männer. Seid vorsichtig. So dumm. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach zu sein. Hör auf, Angst zu haben. Los. Rette ihn. Alles oder nichts. Rette ihn. Um jeden Preis. Ein Plünderer? Wär es verrückt genug, hierher zu kommen? Lukas. Er lebt noch. Ihr Dreckssäcker, na wartet. Die waren das, kein Zweifel. Sie sind hier drüben. Kurz und schluss. Was war das? Ganz sicher. Hier ist keiner. Nö, warum? Hallo? Alles safe hier? Alles safe hier? Ich habe zwar versucht, damit zu spielen, aber irgendwie wollte da keiner drauf reagieren. Gut. Dafür kann ich auch nichts. Wenn die nicht spielen wollen, wie ich will, gibt es halt ein Messer an den Rücken. Hol den Nachtschatten. Hau ab. Bring alle um, die dir im Weg stehen. Nein. Nein. Genau so. So wird es gemacht. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Sie sind hier. Ich sehe sie. Das waren die. Sie sind dahinter. Ganz sicher. Ja, ganz sicher. Steh auf. Hey. Scheiße. Er ist tot. Ja, das passiert. Ich werde deinen Mörder versprochen. Dinge geschehen. Das ist eine grausame Welt. Der Peter. Der fändige Schild. Nee, oder? Nichts, wo es sich lohnt, einen Abstecher zu machen oder so. Nee. Okay, der hätte sein können. Sneaky Box ist wieder on its way. Oh, eine Kiste. Alles ist deiner Schuld. Jetzt kümmere dich drum. Ja. Diesmal plündern wir auch noch vorher alles. Hm. 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 Da sind zwei sehr müde geworden. Seht ihr das? Ärgerlich. Ich weiß nicht mehr, wo der Dude ist. Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ach, er wird da hinten in der Arm. Ich lasse sie bluten. Hm. 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 Das waren die. Zweifellos. Dann geh doch hin, Junge. Wir gehen einfach rein. Da sieht uns sicherlich keiner. Natürlich. Wer war bei dir, Junge? Spuck's aus. Na los. Du wunscher wie du kommst doch nicht allein hierher. Wenn du nicht redest, stirbst du. Bitte. Lass mich gehen. Gezielter Stoß. Gezielter Stoß. Scheiß auf gezielter Stoß. Scheiß auf gezielter Stoß. Stein an den Kopf. Der hat seine Lektion gelernt. Räudige Köter. So sieht's aus. Vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Ja sofort. Lacht er mich. Scheiße in der Scheune. Sie kommen. Versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein. Wir haben was wir brauchen. Hauen wir ab. Nein. Die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt wegzurennen. Mann am Boden. Hier sind Eindringlinge. Alarm. Jetzt reicht's. Kommt. Hier bin ich. Sag mal. Schieß auf die was? Auf die Beute? Achso. Und jetzt? Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Ach komm. Du musst aufhören. Du sterben wir. Falsch. Du hast nur Angst. Aber die muss nur ihnen einjagen. Ja komm. Bravo. Haltet sie auf. Siehst du ein Kind? Wer nicht? Ja. Ein Kind, das euch kalt macht. Oh. Hier drin. Zack. Aber es war. Rache. Er wusste auch nicht, wo ich hätte rausgehen sollen. Daran ist das ganz so groß. Boden. Hier sind Eindringlinge. Alarm. Jetzt reicht's. Kommt. Hier bin ich. Da hast du's. Siehst du? Die können nichts. Kein Grund Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein. Ich hab die Angst so satt. Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm. Ich geb dir, was du willst. Er hat einen Schild. Vorsicht. Eindringling. Sie ist bewaffnet. Schieß auf die Beutel, Amicia. Dann sehen sie nichts mehr. Wie komm ich denn hier raus? Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Ach komm. Du musst aufhören, sonst sterben wir. Falsch. Du hast nur Angst. Aber die musst du ihnen einjagen. Ja, komm. Braver Hund. Haltet sie auf. Sie ist kein Kind. Mehr nicht. Ja. Ein Kind, das euch kalt macht. Nur bei Dold. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeig dir, wo es lang geht. Ja, kommt. Versucht's doch. Hört mal her. Ab jetzt bestimme ich die Regeln. Die Ehre der Armee liegt in unserer Hand. Falsch. In meiner. Du bist tot. Gott verdammt tot. Oh. Oh. Du wirst meine Männer nicht töten. Oh. 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 Ich bin nicht fertig. das war doch mal echt schnell erwartet keinen schnellen tod nach dem was ihr getan habt der henker wird ein wenig zeit mit euch verbringen bevor ihr hängt kommt drauf an aber technisch ja du solltest dich setzen und mehr hast du nicht zu sagen komm schon du bist doch sonst nicht so hier wartet eine ganze garnison wieso tust du dich nicht weiter aus erkennt du nicht unsere lage wir sollten doch nur kräuter beschaffen wie geht es logo wohl gerade ohne sie wie wird es ihm gehen wenn seine schwester gut ich habe einen fehler gemacht ich weiß nicht was mit mir passiert lukas ich ich verliere den verstand ja weil diese welt weh tut immer wieder spartaner blut du willst es ihr heim zahlen aber du wirst diesen kampf verlieren amicia du bist nicht wie sie du bist eine deron besser das sind wir hör zu dieses ding funktioniert mit feuer ich gebe dir ein zeichen kommt raus eure schlingen warten in der nächsten folge heute wartet nichts mehr nachdem wir vorhin schon zweimal eine garnison plattgemacht haben geile szene auf jeden fall wir sind in der nächsten folge macht es gut oder es leid tschau